Herzlich Willkommen zum Neumond-Horoskop im Monat Juli. Und der Neumond findet ja im Juli im Zeichen Krebs statt. Jetzt ist ja der Krebs eigentlich so die Heimat des Mondes. Das heißt beim Krebs geht es ja darum, um Gefühle, um das Aufnehmen, das Inspiriertwerden, das Aufnehmen von Gefühlen, von Schwingungen. Und das ist mal so die eine Seite des Krebses. Die andere Seite des Krebses ist natürlich auch so, dass ein bisschen verletzlicher sein, dass ein bisschen sich zurückziehen. Den Wunsch nach einem Heim, nach dem behütet sein, durch das, dass man da oft einmal sehr anfällig ist, sehr sensibel ist, ist natürlich auch der Ausgleich immer so ein bisschen so dieser Rückzug. Und das will der Krebs natürlich auch haben. Das Positive im Zeichen Krebs ist natürlich, durch das, dass man viel aufnimmt, auch die Möglichkeit, da wieder kreativer und inspirierter zu werden, was wir dann später, wenn wir den Neumond im Löwen in einem Monat haben, dann alles wieder ausdrücken können. Das heißt, alle Eindrücke, also Krebs ist der Eindruck, Löwe ist der Ausdruck, so vom Astrologischen her. Und deshalb können wir im Krebs eben das auch dann ganz gut wieder neu formen und neu ausdrücken und so wieder kreativ neu in die Welt gehen. Also dem Mond geht es an sich im Krebs natürlich gut. Der fühlt sich grundsätzlich mal wohl im Zeichen Krebs. Und wir schauen jetzt einfach mal, was dieser Neumond so bereithält. Denn ganz so ruhig, so friedlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, wird es leider nicht sein. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Also, wir haben da jetzt Sonne, Mond im Zeichen Krebs stehen. Das ist da so jetzt so links unten. Das ist so Sonne, Mond in der Konjunktion, wie es beim Neumond üblich ist, für den im Krebs, im Zeichen Krebs stehen. Das, was jetzt schon einmal auffällig ist, ist auf jeden Fall mal dieses Quadrat zu Jupiter hin. Und der Jupiter steht ja im Widder. Jetzt ist Jupiter im Widder. Also Jupiter ist ja immer das Prinzip der Expansion oder des weiten Reisens oder auch der Übertreibung. Und wenn der im Zeichen Widder steht, also wo der noch mehr aufgepowert wird, Widder ist ja so die Energie, ist die Kraft, das nach vorne dringen, dann neigt das oft einmal zu Übertreibungen. Und wenn da ein Quadrat hinsteht, also Jupiter im Widder in einem Quadrat, so zum Mond hin, dann kann das schon bedeuten, dass da vielleicht die Gefühle ganz leicht einmal hochfahren oder auch viel leichter in den Stress reinkommen oder dass man auch zu übertriebenen Gefühlen neigt. Ich habe schon gesagt, also Zeichen vom Krebs ist auch dieses Bleib bei dir selber. Krebs ist übrigens auch so ein Zeichen, so ein bisschen das inneren Kindes. Also wenn man da recht kindlich ist und immer sagt, ich bin klein und ich bin abhängig von anderen, ist das immer so ein bisschen eine Schattenseite vom Krebs, vom Prinzip Krebs. Und wenn da jetzt eben so dieses Quadrat Jupiter draufkommt, dann kann das einfach bedeuten, dass da wirklich auf der einen Seite natürlich auch so dieser Expansionswunsch da ist. Da soll mehr sein, da soll jetzt mehr sein, es soll jetzt mehr passieren, jetzt mehr los sein. Das könnte man ja auch mit der Urlaubszeit gleichsetzen, die Reiselust, ich möchte eigentlich weg, aber im Quadrat Spannung, ich kann nicht so weg, wie ich möchte. Also das wäre so ganz konkret, Reiselust, Spannung, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es vielleicht Verhinderungen bei weiteren Reisen. Und wenn du das auf die emotionale Ebene runterbrichst, kann das natürlich auch sein, dass es da zu so ein bisschen so Schwankungen kommt im Emotionalen. Also dass da Himmel hoch jauchzend, so trude betrübt mal ist, also dass da einfach ein Stress sich manifestiert. Das wäre mal so dieses Quadrat Jupiter, das auch auf der Sonne ist. Also das ist natürlich auch Übertreibungen. Und ja, jeder, der ein bisschen mit dem Gewicht kämpft, vorsichtig sein, vielleicht mal eher einen Salat essen, weil das kann sein, dass sich das auch ganz leicht in Hüftgold wieder spiegelt. Das macht man ja auch gerne. Das nächste, was dann drauf ist, was den Stress auch nochmal anfacht, ist ja der Mars im Widder. Und der macht ein Quintil hin, ebenfalls zu Sonne und Mond. Das heißt, da kommt auch noch einmal viel Energie, viel Unruhe hin. Also es ist jetzt ein sehr, ich würde mal sagen, unruhiger Sommer. Das kann sich auch eben, wenn man jetzt den Krebs auch mit dem Wasser ein bisschen sieht, mit dem Meer ein bisschen sieht, das kann sich eben auch in so Wetterschwankungen natürlich auch ausdrücken. Das kann auch sein, dass da das Wetter eben sehr stark schwankt, mal sehr viel Regen ist oder mal gar nichts ist. Also dass da auch sehr viel Energie und Bewegung drinnen ist. Und natürlich noch einmal auf der individuellen Ebene immer mit Angst gespielt wird und auch mit Unruhe gespielt wird. Das heißt, es ist jetzt wichtig, auch im Juli, bleib ganz klar bei dir und glaub nicht alles, was daherkommt und lass dich nicht von allem gleich verunsichern. Also das wäre für mich da ganz klar eine Message aus diesen Konstellationen raus. Also wie gesagt, auch der Mars bringt Energie auf den Mond und auf die Sonne und macht das alles noch einmal labiler zusätzlich so zum Jupiter. Ja, was haben wir noch? Wir haben eine Konstellation stehen, die ich sehr, sagen wir mal, kritisch beäuge und das wäre ein Mars-Pluto-Quadrat. Der Mars steht ja, wie gesagt, im Wetter, da ist er noch einmal besonders energetisch. Das ist Kraft, das ist Energie, das ist Durchsetzung und der Pluto steht ja im Steinbock, ist rückläufig. Und das ist ja, das ist eben auch so diese Fixiertheit, das ist so diese, dieses, die Vorstellungskraft, aber natürlich auch so ein bisschen Macht-On-Macht-Themen und diese Planeten Mars und Pluto stehen in einem Quadrat zueinander. Und das könnte für mich jetzt, also das ist auf der einen Seite, kann das natürlich Gewalt bedeuten. Also wenn man so etwas hat, kann das eine Eskalation der Gewalt sein, ist das durchaus eine sehr explosive Geschichte, wo Konflikte leichter eskalieren können, wo etwas oft mal, ja, auch noch mal schlimmer wird, bevor es besser wird. Und eben mit Pluto Mars ist das durchaus eine Konstellation, auf die man achten sollte. Das ist eben auch noch einmal in der Verbindung, ich lehne mich da jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber da würde ich einfach aufpassen mit, also generell auf Reisen, aber auch besonders, wenn ich in die Berge gehe zum Beispiel, da würde ich mich besonders einfach versichern auch drauf, dass ich sage, ich bin da jetzt bewusst, ich übertreibe es nicht, ja. Also das wäre da auf jeden Fall so eine Sache, wo ich darauf achten würde. Und das kann natürlich auch für mich auch mit Mars, wenn man das sagt, das ist Feuer, Pluto, das kann dann natürlich auch sehr, sehr drückend sein. Das kann auch noch einmal aufs Wetter, zum Beispiel Hitzewelle oder sowas auch mit bedeuten. Auch noch einmal mit dem Jupiter dazu, das ist ja auch noch mal die Übertreibung. Also da kann es natürlich auch zu, ja, zu sehr extremen Wetterkonditionen kommen. Aber auf jeden Fall mit Pluto, Mars, da einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen bewusster sein. Auch schauen, dass man nicht in die Aggression geht, wenn du das Gefühl hast, dir begegnet da etwas, nicht in den Streit reingehen. Und eher deeskalierend wirken. Also das würde ich da definitiv empfehlen. Es ist in dieser Zeit generell ein bisschen darauf zu achten, bei Reisen, bei Betätigen von Maschinen einfach ein bisschen aufpassen. Also da haben wir so Uranus-Merkur noch ein bisschen drinnen. Also da, da bitte darauf achten. Und was noch reinkommt, ist ein Quintil, der Neptun zur Venus hin. Die Venus steht ja im Zwilling, der Neptun steht in den Fischen. Und da ist man natürlich dann auch noch einmal ein bisschen weicher, leichter, vielleicht auch offener, verliebt sich leichter. Und da ist, da einfach wieder klar bleiben und sich nicht zu leicht einlullen lassen oder gleich einer Träumerei her hingeben. Weil, wie gesagt, alles drängt nach oben. Also momentan würde ich diese Energie so, würde ich diese Energie als extrem brodelnd bezeichnen. Vielleicht passt es ja auch zum Sommer, dass man sagt, es wird heiß, es brodelt, es kocht etwas hoch. Und man muss dann schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber eben für dich selber schau, dass du nicht übertreibst, dass du dich nicht verunsichern lässt, dass du nicht kindlich bist und irgendwie naiv bist und sagst, ich kann ja nichts machen oder da macht mir etwas Angst. Wenn du Angst bekommst, schau einfach, wie kannst du dich selber deeskalieren am besten. und mach dir einfach bewusst, dass der Juli jetzt einfach so auf der einen Seite so will die Energie hochschießen, auf der anderen Seite kriegt es immer so einen Deckel rauf. Also da wird einfach ein gewisser Druckpunkt, ein gewisser Siedepunkt, entwickelt sich da jetzt einfach im Juli. Das heißt, klar bleiben, entspannen und keine Angst haben. Denn letzten Endes wird es schon passen. Und auch wenn wir jetzt natürlich überall diese Konflikte und Nachrichten immer haben, man hört es ja immer Hitzewellen, Unwetter und so weiter und so fort, immer klar bleiben, schauen, was kannst du tun, wie kannst du bei dir bleiben, wie kannst du vielleicht energetisch auch was für dich machen und dann sollte das auch ganz gut laufen. Im Positiven muss man sagen, wir haben natürlich auch sehr viel Energie da. Also wenn wir das jetzt nicht übertreiben, können wir auch uns auf das einschwingen, wo wir sagen, das entspricht meinem Empfinden und können da auch eine gute Bewegung nach vorne schaffen. Das heißt, wir können auch aus alten Themen ganz gut aussteigen. Wir können neue Horizonte begehen. Das ist natürlich auch so ein bisschen so Jupiter, der sagt, komm, brechen wir doch emotional auch zu etwas Neuem auf. Also auch da haben wir durchaus das Potenzial jetzt. Und wir müssen nicht unbedingt in diesem Siedepunkt, in diesem Druckpunkt da immer verweilen, auch wenn es natürlich so diese Energie gibt. Also lade ich dich ein, misse aus, schau, dass du neue Inspirationen findest, bleib nicht in Alten stecken, lass dir nicht von außen Angst machen, ganz wesentlich, lass dich nicht von außen irgendwie verwirren oder ein bisschen einlullen. Bleib einfach klar, bleib in deiner Erwachsenenenergie und bleibe nüchtern und stabil und dann, denke ich, wird das ein ganz gutes Monat und pass ein bisschen auf bei Reisen. Ja, das wäre es gewesen für den Neumond im Juli. Ja, ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich freue mich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und wenn du Interesse hast, kannst du natürlich gerne auch bei mir eine persönliche astrologische Sitzung buchen. Die Adresse ist hier irgendwo eingeblendet. Eine gute Zeit, bis nächstes Mal. Dein Oliver Eirely aus dem wunderschönen Linz. Tschüss. Dein Oliver Eirely aus dem wunderschönen Linz.